Freitag bei Heimatleuchten. Im gestreckten Galopp oder mit der handgemachten Feuerzille. Ich kann mich erinnern als Bub, da hat man das Heu und das hat man mit der Zille heimgeführt. Zur Street Art Szene Oberösterreichs. Wir wollen einfach zeigen, was alles möglich ist in dieser Kunstbewegung. Perfekt, Spaß! Heimatleuchten und danach junge Bilder, altes Handwerk. Freitag am 20.15 Uhr bei ServusTV. Ich lebe, ich lege, ich lege, ich lege, ich lege, mit einer Glück, Na, wir sehen uns im Titelando.